Unser Dorf wächst und gedeiht und ist mittlerweile auch um ein paar Tiere wieder reicher geworden. Nicht nur haben wir hier Hühner und Hähne, die krähen und Schafe, die blöken. Nein, mittlerweile haben sich auch ein paar Kühe, Bullen und Ochsen angesiedelt und werden jetzt hier von uns versorgt und sorgen natürlich auch dafür, dass wir noch ein bisschen mehr Fleisch, Milch und letztendlich auch Tierhäute bekommen. Unsere Schlachterei war etwas übereifrig und hat schon mal dafür gesorgt, ganz schnell Tiere zu schlachten. Wir haben das jetzt unterbunden, jetzt sollte alles passen fürs Erste, bis wir hier überall 20 Tiere drin haben. Und währenddessen werden wir uns jetzt mal um ein bisschen Salz kümmern, sodass wir dann endlich auch mal die Gerberei in Auftrag geben können. In der Zwischenzeit wird hier noch die, was ist denn eine Dairy, ich glaube Käserei oder so, Milcherei gebaut, die dann unsere Milchprodukte noch auf den Markt wirft. Und ich glaube, unseren Leuten geht es schon bis auf vielleicht den einen oder anderen ganz gut hier. Vor allem, weil wir hier so viel Zeug anbieten, mittlerweile auch wunderbar Fleisch. Ich glaube, die sind alle sehr, sehr zufrieden. So, hier unten arbeitet natürlich wieder niemand. Schweinerei. Das ist ja unglaublich. Hier unten wird auch nichts mehr gemacht. Da sind die Leute auch schon fertig, haben offenbar die ganze Wolle verarbeitet. Wobei hier oben ist noch 2000 Wolle, Leute. Wieso wird hier nichts gearbeitet? Going to work. Okay, also die brauchen noch ein bisschen. Wir haben noch einen Messenger von Bala. Ich glaube aber, dass wir hier nichts mehr haben wollten. Was wir jetzt machen ist, wir werden mal ein bisschen Leim kaufen, weil wir aktuell selber Leim noch nicht hergestellt haben. Wenn ich mir mal 500 Leim hole, das reicht nicht. Wenn wir mal reingucken in die Canary, kann ich mir mal anschauen, wie viel Leim wir brauchen. Steht das hier drinnen? Steht hier nicht drin. Ich glaube, wir müssen das erstmal bauen. Das heißt, was wir jetzt machen ist, wir werden uns um das Salz kümmern. Und dafür brauchen wir Stein, Bretter, Nägel und Lehm. Kein Problem. Und Salz braucht dann auch die zwei Ochsen, die wir vorsorglich schon gekauft haben. So. Wenn wir dann später noch ein bisschen mehr Bullen haben, machen wir die auch zu Ochsen und werden die auf die Farm setzen, damit die dort schön pflügen können. Äh, 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 Firewood, Charcoal, Salt. Brauchen wir denn hier Wasser? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das heißt, wir können Saltworks wahrscheinlich... Ach so. Wir müssen hier ein bisschen gucken. Das geht nur an vordefinierten Plätzen. Wobei das aber recht okay ist eigentlich. Ich glaube, man könnte es auch zum Beispiel hier auf einen Slot setzen. Hier sind zum Beispiel vier so Punkte. Ich glaube, hier könnte man das ohne Probleme hinsetzen. Ohne Einbußen. Da ist das Spiel relativ entspannt. Bin am überlegen, ob wir das vielleicht irgendwo hierher setzen. So an die Seite. Würde Sven dann ein bisschen weiter hochsetzen. Aber es ist dann schon ein bisschen auch abschüssig hier. Hier oben wäre natürlich auch ein schöner Platz. Könnte man hier so reinsetzen. Die Salzerei. Ja, wäre vielleicht sogar ein bisschen schöner, oder? Wenn wir das hier reinsetzen. Dann könnte man so den Weg auch noch mitnehmen, der sich hier so gebildet hat. Nimmt zwar doch ein bisschen Platz weg. Aber wobei wir müssen da ganz schön weit reinlaufen. Oder wir packen es einfach hier rein. In die Ecke hier. Wir machen das mal so. Wir packen es in diese Ecke hier rein. Es ist ein bisschen doof, dass der Eingang so versteckt drinnen ist. Seht ihr das? Ich mache mir schon wieder viel zu viel Gedanken. Oder doch hier unten. Ich glaube, wir packen es doch hier unten rein. Wir setzen das mal hier rein. So, ich hoffe, es ist dann nicht zu schief, das Ganze. Ich will mir den Platz hier oben noch ein bisschen aufheben. Ich glaube, dass wir den brauchen. So, Derry. Dann hier oben die Felder. Das ist okay. Wie sieht es aus mit Arbeitskräften? Ich glaube, dass wir hier wieder neue Häuser brauchen. Richtig. Männliche Arbeiter sind keine mehr da. Das heißt, wir bauen noch mal drei Häuser dazu. Die Kühe sind jetzt auch hier draußen. Sehr schön. Oh, wunderbar. Da ist ja gar nichts mehr. Sehr gut. Die zweiten Kühe sind jetzt nicht draußen. Ich habe eigentlich gewählt. Use Fellow Field. Kann es sein, dass hier noch nicht abgeerntet wurde? Und deswegen die Kühe nicht draußen sind? Das könnte sein. Na gut, wir schreiben schon Oktober. Ich glaube kaum, dass die jetzt noch rausgebracht werden. So, und wir werden mal ein bisschen jetzt beobachten, wie sich das Heu hier verhält, wenn jetzt der Winter einbricht. Hier vorne liegt nicht mehr viel drauf. Ob diese 7000 ausreichen oder ob es dann schon sehr knapp wird. So, ich sehe gerade, wir haben sehr viele Arbeitskräfte hier, die bauen, was schon mal ganz gut ist. Aber die wir eigentlich nicht gebrauchen. Wieso geht ihr raus wegen den Schuhen? Ich würde mal interessieren, ob euch, wenn ihr das Spiel selbst spielt, ob euch das Problem auch so jetzt geht, wie es mir geht. Dass die Leute halt momentan oder immer noch jetzt wegen Schuhen und so weiter ausziehen, weil wir mit der Produktion nicht hinterher kommen. Das würde mich mal interessieren. Oh, ich habe ja gar keine... Wo ist denn mein ganzes Geld hingekommen? Wir müssen ganz schnell noch Sachen verkaufen hier. Potatoes verkaufen. Wir könnten noch ein paar Kartoffeln verkaufen. Auf der anderen Seite, Kartoffeln verkaufen ist sehr, sehr riskant, weil ich nicht weiß, inwieweit wir genügend zu essen haben. Ich habe nichts mehr. Honig ist noch da. Mensch. Macht mir etwas Sorgen jetzt. So, wir gucken mal, wer hier arbeiten darf in der Dairy. Nur Frauen dürfen hier arbeiten. Und hier gibt es quasi Butter, Käse und Smetana. Da seht ihr mal, drei weitere Dinge, die wir hier produzieren können. Ich glaube, dass wir relativ viel Milch auch haben. Gucken wir mal kurz, ob hier irgendwo Milch eingelagert ist. Hier oben ist Milch eingelagert. Nur 100. Nur 100 eingelagert. Das ist ja wenig Milch hier. Hier sind 260. Dann hoffe ich mal, dass hier was geholt wird. Aber da kommt jetzt Milch. 120 hier. 80 nochmal hier. Das passt dann schon. Sehr schön. Das passt schon. Und dann haben wir jetzt hier neue Sachen. Butter, Käse und Smetana. Braucht das irgendwas Besonderes, weil das noch nicht produziert wurde? Das heißt, wir können auch das nochmal hier unten einlagern. Butter und Käse und können das hier verkaufen. Ach schön. So, jetzt hier vorne ist nichts mehr. Das heißt, da müsste man eigentlich das Feld anpassen für nächstes Jahr, oder? Oder wechselt der noch? Ich weiß immer noch nicht, ob jetzt im nächsten Jahr die Kartoffeln kommen. Oder ob im nächsten Jahr dieses leere Feld bleibt. Wahrscheinlich kommt jetzt hier die Kartoffel. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Das heißt, wir müssten dich nochmal anpassen. Ich glaube, das ist das Feld hier. Auch wieder. Ich dachte eigentlich, die Reihenfolge hätte alles schon gepasst. Aber irgendwie. So, Kartoffeln. Ich weiß es nicht, Leute. Ich kann es euch nicht sagen. Das ist noch ein Mysterium, mehr oder weniger. So, hier vorne nimmt das Ganze schon Gestalt an. Hier unsere Salzerei. Und wir brauchen noch Nägel. Wieso gibt es keine Nägel? Wieso wird hier so langsam gearbeitet? Ein neuer Messenger kommt hier an. Apple, Honey. Wir kaufen nochmal Honig. Klamotten, nein. Wir müssen ein bisschen Geld bekommen. Ah, sehr schön. Wir können nochmal Charcoal verkaufen. Da ist momentan genügend da. Und Buckwheat kann auch noch verkauft werden. Bringt halt leider nicht ganz so viel. Aber später, wenn wir dann mal Schuhe herstellen können, dann können wir die auch noch verkaufen. So, hier unten die Häuser werden auch schon beliefert mit den ersten Waren, beziehungsweise mit den ersten Baumaterialien. Es fehlt noch ein bisschen an Nägel zumindest. Und da kommt der Wintereinbruch. Ein Feld wurde fertiggestellt. Ah, das ist hier die Pasture hier oben. Für unser, für unsere, für unseren ersten Kuhstall. Und jetzt schauen wir mal. Also wir haben jetzt die zwei Leute zur Sicherheit drin, damit die Kühe nicht sterben. Wir haben jetzt hier drinnen die zwei Ochsen. Und dann hoffe ich mal, dass hier dann auch Nachwuchs kommt demnächst. Habe ich denn eigentlich noch diesen Weizen irgendwie? Ich dachte, ich hätte noch ganz viel Weizen. Aber ich glaube, Weizen ist jetzt auch langsam erschöpft. Ich glaube, wir haben gar kein Weizen mehr. Für Mehl. Ist auch so ein Running Gag immer, ne? Vor allem, wenn man auf Twitter mal ein bisschen die Spielentwicklung verfolgt von Ostriff. So ein Running Gag ist immer, wieso gibt es keine Bäckerei? Weil wir ja nur dieses Mehl produzieren. Und das Mehl dann quasi direkt von den Dörflern gekauft und verarbeitet wird. Und man eigentlich gewohnt ist, in anderen Spielen, es muss eine Bäckerei in einem, in Anführungsstrichen, Mittelalter-Spiel geben. Auch wenn wir hier nicht mehr Mittelalter spielen, ich weiß. Aber eigentlich ist man gewohnt, dass es eine Bäckerei gibt. Und bisher wehrt sich der Entwickler immer noch, dass er eine Bäckerei mit einbaut. Und er lässt das einen auch immer wissen, wenn er das auf Twitter dann postet. So, wir können mal gucken, die warmen Klamotten. 100 warme Klamotten für 40. Wir kaufen mal 200. Wir können die Schuhe verkaufen. 100 Horse-Schuhe können wir verkaufen. Oh, 71 nur. Nicht 100. 71 können wir verkaufen. Für 35. Na gut, dann halt nur 71. Okay. Ist gut. Ist gut. So, 500 hier noch. Und dann können wir auch endlich, wenn das Salz dann mal hergestellt wird, können wir endlich dann auch mal unseren Fisch salzen. Das heißt, wir brauchen hier oben im Lagerhaus auf alle Fälle ein Salzlager. Wobei das wahrscheinlich aber egal ist. Wir können das Salz auch hier lassen. Der Weg ist ja minimalst und ich glaube nicht, dass das jetzt vom Transport da noch einen Unterschied macht. Weil ich denke, wir müssen das Salz hier runterbringen. Na gut. Wie sieht es aus mit den Wägelchen? Die sind immer noch ganz schön beschädigt hier. Aber ich glaube, wir haben jetzt keinen Wagen, der komplett kaputt ist. Es fehlt immer noch an den Nägeln. Also die zwei Arbeiter hier drin in der Schmiede, die arbeiten sich die Finger wund. Tag und Nacht wird hier geschuftet, nur damit wir hier unsere Nägel wieder bekommen. Aber so ist es halt mal. Während die Fischer auf der faulen Haut liegen und in der Taverne, wollte ich schon sagen, auf dem Markt ein schönes Leben hier haben. Die Taverne ist ja noch nicht da. Die dauert noch ein bisschen. Ich würde ja dann, also wenn wir die Taverne bauen, die kommt dann doch hier neben die Kirche, oder? Dann brauchen wir hier einen separaten Eingang und Ausgang hier unten. Und dann kommt hier unten wahrscheinlich die Taverne, sodass die Leute aus der Kirche gleich in die Taverne am Sonntag gehen können. Ich glaube, so muss das sein. Hier oben sind die zwei Häuser fertig. Die sehen richtig dumm aus hier oben. Also nichts gegen die Häuser. Aber die passen halt irgendwie überhaupt nicht hier oben rein. Aber jetzt sind sie schon da. Die Baugenehmigung wurde erteilt. Ist halt mal so. So, jetzt wurde das Salzwerk hier erstellt. Im Salzwerk arbeiten Männer, so wie es aussieht. Wir packen mal zwei Leute rein. Wir brauchen zwei Ochsen hier drüben. Das heißt, wir packen mal hier den Ochsen raus und hier rein. Den Ochsen raus und hier rein. Und wir haben aktuell eins, zwei Bullen. Und hier drüben eins, zwei Bullen. Also da ist noch nichts. Sonst noch nichts gemacht worden. Ich glaube, die Bullen werden ja auch nicht geschlachtet, oder? Wenn die maximale Anzahl erreicht wurde. Ansonsten müssten wir die schützen. Ach ja, Ochsen und der letzte Bulle, die werden nicht geschlachtet. Ich würde da aber jetzt ehrlicherweise auch bei den, ich würde bei beiden Bullen sagen Protect. Ich weiß nicht, ob wir jetzt eine höhere Chance haben, dass quasi Nachwuchs kommt bei zwei Bullen. Ich vermute es einfach mal. Aber vielleicht würde auch einfach nur ein Bulle reichen. Das könnte auch sein. So, also jetzt wird hier Salz gefördert. Wiezu kommt hier Feuerholz rein? Ich bin etwas unschlüssig. Ah, hier. Über Hitze wird das gesteuert. Hier Feuerholz oder Charcoal wird hier reingebracht. Wir haben eingestellt Feuerholz momentan, kein Charcoal, was ganz okay ist. Theoretisch wäre aber Charcoal ja auch möglich. Eigentlich wäre Charcoal sogar besser, ehrlicherweise. Eigentlich wäre Charcoal ja besser. Und wir brauchen natürlich auch hier wieder Wasser und Heu. Müsste ja effektiver sein, dieses Charcoal dann. Wir gucken mal. So, werden die Tiere jetzt rübergebracht schon oder dauert das noch etwas? Sie sind hier draußen. Habe ich die Ochsen jetzt verloren? Wer hat die Ochsen geklaut schon wieder? Supplying Resources. Charcoal ist da. Heu wird geholt wahrscheinlich. Was sind denn jetzt die Ochsen? Wer spielt die Ochsen geklaut? Ich bin mir sicher, die kommen jetzt dann gleich. Jetzt hat er Heu geholt. Ich weiß es nicht. Wart mal ein bisschen ab. Es wäre ja schade, wenn die Ochsen jetzt... Oder hat er die geschlachtet jetzt? So, ein Messenger ist angekommen. Also, Lime kaufen. Wäre vielleicht schon mal ganz gut jetzt hier. Wir kaufen jetzt mal Lime. Oh, ist ja super günstig hier. Wir kaufen mal 1000 Lime, Leute. Damit wir auch gleich noch die Teneri bauen können. Und nutzen können. Ich glaube zwar, dass mir die... Ich glaube zwar, dass mir die... Die bisherigen Fälle kaputt gegangen sind mittlerweile. Aber wenigstens dann für die nächsten 5000 Charcoal. Schauen wir mal eben. Das war nämlich hier oben irgendwo. Da ist nichts mehr drin. Ich glaube, dass die Sachen schon kaputt gegangen sind. Gut. Also, jetzt gucken wir mal rein. Wir bauen uns eine Teneri. Eine Teneri... Ich wollte eigentlich in den Hilfe-Bildschirm rein. Eine Teneri braucht... Wir brauchen Rinde. Wir brauchen Lime, das wir gekauft haben. Salz und Wasser. Das heißt, wir müssen das eigentlich mehr in Richtung Wasser unten platzieren. Vor allem, weil das ja bestimmt stinkt wie Sau. Das heißt, das wird hier so reingesetzt. An diesen Weg hier. Unten. Und was wir jetzt machen, ist... Wir machen hier eine Plattform rein. Wo man sich noch Wasser holen kann. Würde mal sagen. Hier vorne. Ja, wobei hier kommt wahrscheinlich irgendwo dann die Brücke drüber. Wir packen das mal hier her. So. Gut. Jetzt gucken wir mal, was ist hier... Ich habe keine Ochsen da, Leute. Das macht mir etwas Sorgen, ehrlicherweise. Oder sind die hier draußen jetzt, die Tiere? Die Ochsen hier draußen sind, aber selbst dann. 13, 12. Jetzt gucken wir mal hier rein. 12, 13. Also da sind auch die Ochsen offenbar nicht mehr... Wurden nicht mehr mitgezählt. Oh, wir haben eine... Eine neugeborene Kuh. Sehr schön. Und einen neugeborenen Bullen. Oh, Draft Animals. Haben die die Ochsen irgendwo zwischengelagert? Muss ich nochmal Ochsen kaufen? Glaube, ich muss nochmal Ochsen kaufen. Die müssten eigentlich schon längst hier sein. Die sind irgendwo im Wald wahrscheinlich weggelaufen und keiner hat was gesagt. Die hatten wahrscheinlich Angst vor der Bürgermeisterrache. Und keiner hat gesagt, dass die jetzt im Wald irgendwie verschwunden sind. Die armen Ochsen, die können doch alleine nicht überleben. Na gut, wie sieht es aus jetzt hier? Oh, guck mal, wie weit wir hier schon mit dem Heu runter sind. Im März jetzt. Okay, das heißt für uns, wir werden auf alle Fälle nochmal ein zweites Heulager brauchen. Plus wir werden hier nochmal so Heutrockner aufstellen. So, ich hoffe, dass die Leute das dann auch befüllen können. Die zweite Heu, das zweite Heulager würde ich jetzt einfach mal hier vorne, wo packt man das denn hin am besten? Das zweite Heulager. Wir brauchen eigentlich Heu hier und jetzt natürlich auch hier vorne. Wir brauchen später dann Heu nochmal auf der Farm. Ich glaube, dass es trotzdem Sinn macht, dass wir das hier irgendwo wieder noch reinsetzen. Dass wir einfach hier zwei Heulager machen. Frage ist, wenn wir es hier reinsetzen, so. Ja, ich glaube, das ist okay. Dann können die Leute immer noch durchlaufen. Das ist schon wichtig. So, ein Messenger ist da. Kann ich nochmal irgendwo Kühe, zwei Ochsen kaufen? Das ist sehr enttäuschend. Für 80 Gold. Zwei Ochsen bitte. Wisst ihr was, wenn wir schon dabei sind, dann kaufe ich gleich. Wir können in der Farm, ich glaube, vier Ochsen einsetzen, oder? Oh, sogar sechs Ochsen. Okay, wir kaufen uns sechs Ochsen. Vier für die Farm und zwei für unser Salzwerk. Immer noch nicht da, ne? Nee, immer noch nicht da. Also, beim nächsten Mal speichere ich aber nochmal ab, bevor ich die Ochsen transferiere. Hatte ich bisher noch nicht, ne? Dass da irgendwie was verloren ging. Aber ich bin mir sicher, das hatte seine Gründe. Sechs Ochsen kosten 240 Gold. Passt. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir warten auf die Ochsen. Wir warten auf das Heu. Wir warten auf unser erstes Salz. Und die Tenerie ist auch schon gebaut. Schauen wir uns in der nächsten Folge an. 2 Untertitelung. BR 2018